Hallo meine lieben Freunde, recht herzlich willkommen zum Beefsonntag. Beef Video, das könnten einige Leute vielleicht wieder diese Art von Video jetzt nennen oder wieder Hass, Hetze und Neid Video. Aber ich bin der Meinung, wenn andere Leute über drittes Video urteilen können, darf ich doch auch über diese Leute urteilen. Oder ist das nicht ganz richtig, habe ich keine gleichen Rechte wie alle anderen. Gruß geht raus an Filmfloh und Christians Filmpalast, auch bekannt mit der Pfeile als Heuchlerfloh und Mitläufer Filmpalast. In eineinhalb Stunden Livestream war es glaube ich, über das Thema Nameless Media und alles was ihr wissen müsst über die wattierten Mediabooks im Used Look. Eineinhalb Stunden, kann ich euch abkürzen, ihr müsst den Stream nicht sehen. Die Falte ist immer noch da bei Nameless wattierten Mediabooks, aber durch den Used Look wird das ein bisschen kaschiert optisch. So, das habt ihr dann in eineinhalb Stunden gelernt. Aber man muss natürlich wieder Nameless Media, ne, zieht Klicks, wenn man da über die ablästert. Genauso gut Olli ankert, muss man natürlich vorne aufs Thumbnail packen, damit es auch richtig Klicks bringt. Ich überlege mir wirklich, ob ich euch beide auch aufs Thumbnail draufklatschen soll und ob ihr das auch immer so toll findet. Aber wahrscheinlich findet ihr es auch nicht so toll, wenn ich jetzt wieder über den Livestream rede. Das ist ja wieder Neid, Hass, Hetze, ne, aber über andere Videos dann gleichzeitig reden wieder ist dann okay. Das ist wieder Doppelmoral der Nebendarsteller, sag ich mal, ne. Bei Filmflow weiß ich sowieso nicht, warum er sich aufregt über so Themen und dann auf der nächsten Börse ist dann eh wieder so ein Stapel Bootlegs eventuell bei den Neuzugängen dabei. So war es ja oft in der Vergangenheit und ja, mal lieber Filmpalast, dann kauf einfach keine Nebendisprodukte mehr, stellst dir auch genug auf deinem Kanal vor. Aber es soll ja jetzt nicht nur darum gehen, um diese böse, böse Falte. Also wir haben hier ein wartiertes Mediabook von 84 Entertainment und die schließen hier halt ohne Falte ab. Es geht einfach nur um eine Falte, die man hier halt auch von den normalen Mediabooks kennt. Ich weiß, ihr seht das jetzt nicht so, aber nehmt euch einfach mal ein normales Mediabook und ihr habt ja hier so eine Falte drin auf beiden Seiten, die vorderen Rückseite, mit dem sie das Bein verbinden. Der Hersteller von den Nameless-Wattierten Mediabooks, der übernimmt das scheinbar 1 zu 1 und pumpt die einzelnen Elemente scheinbar nur mit Watte voll, sodass halt diese Falten noch existieren, die bei der Konkurrenz halt nicht existieren, weil es da scheinbar einen anderen Herstellerprozess gibt. Das ist natürlich Grund genug, ein Video zu machen zu einem Thema, was übrigens vor 8 Monaten schon angesprochen wurde in einem Livestream, der ja auch dann als Videoquelle benutzt wird. Also 8 Monate muss man sich so ein Thema überlegen. Grund hierfür war dann scheinbar das Video von Olli Uncut zu den Hostel Mediabooks, also der Complete-Kollektion. Da muss man sich natürlich gleich wieder direkt drüber lustig machen, denn es ist halt Olli Uncut. Das aber Nameless den Use-Look nicht erfunden hat, das sehen wir auch zum Beispiel hier an alten VHS-Tape-Editionen, die dann auch immer so auf alt gemacht aussehen sollten. Auch bei aktuellen Filmen, weil es wurde ja dann auch diskutiert, nimmt mal den Use-Look nur bei alten Filmen oder bei neuen Filmen. Gleiches könnte man über diese Retro-Media-Book-Kollektion sagen, sollten da nur alte Klassikereien oder auch neuere Filme. Keine Ahnung, haut es mal in die Kommentare. Ich bin eigentlich auch eher der Typ, der sagt, Use-Look, Retro-Look nur für alte Sachen, aber wo hört alt auf, wo fängt neu an? Keine Ahnung. Um was es mir persönlich wieder geht, ist wieder diese Heuchlerei. Man braucht schnell ein Thema, man sucht sich irgendein Thema raus, was acht Monate alt ist, Nameless-Media natürlich, zieht Klicks. Wo sind denn die ganzen Videos zu den anderen Labels? Ich frage das immer wieder, ich frage auch andere YouTuber immer danach, wo sind denn die Videos gegen andere Labels, die ihre Mediabooks verhunzen, wenn man es ganz böse sagt oder die Fehler haben, wenn man es ein bisschen netter ausdrückt. Wo sind die Videos? Es gibt fast keine Nameless, Nameless, Nameless. Alle hassen Nameless, da muss man Videos dazu machen. Alle hassen Nameless, alle schimpfen über Nameless, aber jeder kauft das Zeug. Und die kaufen es nicht nur zum Vorbestellerstart, nee, die kaufen es auch auf dem Zweitmarkt für einen doppelten und dreifachen Preis. Das sind die Leute, die sich dann hinhocken und Anti-Nameless-Videos machen. Und der entscheidende Punkt ist ja auch, und das verstehen diese Menschen halt einfach nicht, so ein Filmfloh zum Beispiel, sie setzen sich dahin, eineinhalb Stunden wird sich beschwert über diese hässliche Falte. Es wird wieder eine Norm vorgegeben, der gar nicht existiert. Wer sagt denn, dass ein wattiertes Mediabook keine Falte haben darf? Muss es einem optisch gefallen? Nein. Ist es ein Standard oder ein Muss, dass das nahtlos übergeht, weil es andere Hersteller machen? Nein. Es ist genauso wenig wie ein Muss, ob jetzt ein Mediabook G1-Größe hat oder wie Play-On-Pictures immer fertig gemacht wird wegen ihren G2-Mediabooks. Es ist einfach ein sinnloses Label-Bashing. Nichts anderes ist es, wenn Nameless-Media einen Hersteller hat, der eben diese wattierten Mediabooks so herstellt, dass diese Falten wie beim normalen Mediabook vorhanden sind. Und da kann es dann halt durch mehrmals Auf- und Zumachen zu Abnutzungserscheinungen kommen. Wenn die so einen Hersteller haben, dann haben sie den halt eben aktuell noch so. Und wenn jetzt ein 84 Entertainment zum Beispiel einen Hersteller hat, der das halt besser hinkriegt, dann ist das ebenfalls so. Fakt ist, Nameless wird mit diesem Hersteller Verträge haben, an die sie gebunden sind. Der Hersteller wird seinen Herstellungsprozess wahrscheinlich auch nach Schema ABC weiterführen, egal für wen er herstellt. Und nicht weil Nameless Media jetzt sagt, das müssen wir mal so und so machen, wird er wahrscheinlich nichts ändern. Und wahrscheinlich kann er es noch nicht mal ändern aus den Herstellungsprozessen, weil es einfach so ist. Das ist genauso wie mit diesen Mediabooks, bei Nameless wackeln die nicht, meistens nicht. Und bei anderen Herstellern kriegst du hier einen Zuckanfall, wenn du die vorderen Rückseite bewegst. Da liegt es auch an den Herstellern. Dann kann man auch noch so oft sagen wie ich immer, ja das wackelt so viel, man kriegt es aber auch besser hin. Das wissen die wahrscheinlich alles selber, aber aus diversen Gründen, wahrscheinlich aus Kostengründen, sind sie halt bei dem Hersteller, wo es, je nach Meinung halt, dann schlechter wirkt die Qualität als bei der Konkurrenz. Und es scheint auch niemand zu kapieren, dass man dann aus bestehenden Verträgen nicht einfach so rausspringen kann. Die werden eine gewisse Laufzeit haben und dann wird sich am Ende der Laufzeit entweder zusammengesetzt und neu verhandelt oder es wird sich ein anderer Hersteller gesucht und das war's. Und dann kann man jetzt noch fünf Videos drüber machen über diese Falte von Nameless. Es wird sich nichts ändern wahrscheinlich, solange sie bei diesem Hersteller bleiben. Und Nameless ist jetzt ja schon ein bisschen, na gut, über die Art und Weise kann man natürlich geteilter Meinung sein, ist ja wenigstens ein bisschen den Kunden entgegengekommen, die gesagt haben, ja, dieses wattierte Mediabook, das macht mir an den und den Stellen komische Spuren und dann haben sie halt jetzt diesen Used-Look drüber gelegt, genau an den problematischen Stellen, dass das eben nicht so auffällt, wenn durch das Auf- und Zumachen Abnutzungserscheinungen erscheinen. Was übrigens auch die Hersteller nicht dazu bewegt, bei manchen Mediabooks hier im Inneren irgendwas zu ändern, wo man die Mediabooks aufmacht und durch das Klettern im Inneren am Spine diese Abnutzungserscheinungen kommen, da sagen auch die wenigsten was. Also es wird sich immer gerade so das rausgepickt, was einem selber gerade ins Thema passt, sei es jetzt das Label oder sei es das Problem. Aber ihr kennt meinen Kanal, ihr kennt meine Unboxing-Videos. Wie viele Fehlerchen, man kann ja auch überall Fehler suchen und finden, wie viele Fehler gibt es denn von verschiedenen Herstellern bei verschiedenen Mediabooks oder Produkten allgemein und keiner von den anderen oder fast keiner, ich möchte es nicht für allgemeine, aber fast keiner macht da irgendwelche Sondervideos drüber oder sonst was. Aber bei Nemless kann man es natürlich machen und den Olli Anker, den kann man ja immer noch, auch nach Jahren noch in die Pfanne hauen. Er wird natürlich bemustert von Nemless, das ist klar, das werden andere auch. Andere kriegen ja noch von anderen Labels eine Bemusterung. Aber wie gesagt, das Thema wurde ja auch schon deutlich vor acht Monaten im Livestream angesprochen und da muss man halt auch nochmal zum Thema Heuscheln und Doppelmoral, dem Filmflow auch nochmal dran erinnern. Sie waren eingeladen bzw. sie haben sich gemeldet für diesen Livestream und haben dann kurz vorher abgesagt. Sie hätten die Chance gehabt, im Livestream dieses Problem anzusprechen von den Mediabooks mit dieser Falte. Sie hätten den Christian da durchlöchern können, aber sie hatten dann die Hosen voll, weil sie ja hätten die Fragen ja alleine stellen müssen und nicht zusammen im Team, weil man kennt die Livestream, man kann sich auch immer nur mit mindestens zwei Personen dahin hocken, weil man es alleine nicht hinkriegt, über eine gewisse Dauer einen Stream am Laufen zu halten. Und deswegen macht man halt nach acht Monaten dann ungefähr das Thema nochmal neu auf, um nochmal irgendwas zu haben, scheinbar über was man sich beschweren kann. Das ist jetzt nur meine Meinung und ja, ich habe da ein bisschen, ihr wisst schon, nach dem letzten Thema, ein bisschen personell bedingte Vorurteile zu diesen ganzen Personen. Man hat es ja schon beim letzten Mal gesehen. Die einen legen vor, die einen legen Regeln vor, die für einen gelten und für die anderen nicht. Die anderen ziehen nach, Mitläufer lassen sich anstiften, mal gucken, ob jetzt wieder Videos kommen. Also, ja, es läuft nicht optimal mit diesen Mediabooks. Ja, sie weichen von anderen Mediabooks ab, aber wie gesagt, es ist wie bei der Mediabook-Größe, es ist wie bei der allgemeinen Mediabook-Qualität. Da lassen sich die wenigsten Labels reinsprechen. Einige akzeptieren die Kritik und sagen, ja, okay, ihr habt vielleicht recht, aber die wenigsten können direkt was ändern, weil es halt produktionsbedingt durch den Hersteller höchstwahrscheinlich nicht groß änderbar ist. Es gibt die Abläufe beim Herstellung eines Mediabooks und ich bezweifle jetzt mal stark, dass man dann einfach irgendwas machen kann, irgendeinen Hebel umlegen kann, dass dann irgendein größeres Problem, sagen wir mal, wie so eine Falte auf einmal geändert wird. Haut eure Meinung unten in die Kommentare und ansonsten sehen wir uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.